Für dieses Abo-Special hat der liebes Nächste mir sein TS zur Verfügung gestellt mit ein paar Channeln. Und zwar, die TS4IP steht in der Beschreibung, da könnt ihr jetzt drauf joinen. Ich hoffe, dass der TS nicht irgendwie überlastet ist und da zu viele Leute drauf sind oder was weiß ich. Deswegen, ja, da sind auch schon Channeln erstellt, USW. Und, ja, deswegen einfach mal bis gleich und viel Spaß.